hey leute herzlich willkommen zu lucky rush gegen den storm haben heute die youtube versus galaxy lucky blogs die engers time oder angers time vorgeschlagen hat danke für deinen kommentar und danke für all eure vorschläge ihr könnt weiterhin vorschläge in die kommentare ballern und ihr könnt weiterhin die daumen nach oben ballern und wenn euch alles gefällt könnt ihr am ende des videos wenn euch mein kanal gefällt zum beispiel auch auf abonnieren drücken ohne würde ich sagen storm es startet das battle jetzt ihr könnt wieder abstimmen mal gucken was ihr abstimmen könnte ich weiß noch nicht was aber ich glaube mein point ist schon direkt im arsch was was es sind 100 blöcke nördlich von mir gespawnt echt so ist eh ein troll ja na ich glaube ich glaube die verspauen aber da wir in einer skywall sind fallen die direkt wieder runter glaubst du ja glaube ich okay 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 hab hier einen nice und darf auf jeden fall bekommen what the fuck nein das war kein nicer stuff so ich habe galaxy lucky blöcke was was youtube dinge ist rausgekriegt das kann ja wohl nicht was da ist der brunnen das ist meins was hast du schon im angebot nichts besonderes schade schokolade das machen wir mal in die kiste da rein was ja doch kommt irgendwas gutes gibt mir irgendwas gutes ich habe das galaxy gas geben ich habe das galaxy gas was für ein galaxy gas damit wo ich jetzt was mache ich da ich spring schon wieder runter und ins loch der alter da kommt einfach der slime und überrollt alles ja klasse schon wieder die kette überall lava deine galaxy blöcke sind scheiße der server lag oder weiß ich nicht möglich ok ich konnte die kiste nicht öffnen vielleicht weil die katze draußen ich habe den galaxy bow und mir fällt jetzt erst auf mein lieblingsbogen ja ich mache mir erstmal noch eine zweite plattform mit meinen schuhen was für schule welche schuhe natürlich das sind die einzigen die anbräckte sind nein sind sie nicht wissen ja wer aber fragte ja nicht die ganze zeit jetzt brauche ich mir auf jeden fall keine gedanken um scheiß blöcke machen wie ich das was ist jetzt passiert ich bin rausgeflogen illegal illegal correct was hast du gemacht ich habe ich habe scheinbar wohl falsche taste erwischt nein nein und dann wollte der wohl ein zeichen machen aber mit dem jetzt zeichen fliegst du vom server ok soll ich mir mal merken warte mal warte mal ja danke ist da was besonderes eigentlich nein ist nichts oh ich bin gar nicht gestorben cool nein blumen ach äh hexen alter ja witch bitches haut ab könnt ihr doch irgend mit der rüstung haben oder so oh ein rüstungsteil schon mal ein anfang ich habe gerade mal einen helm ich habe die mit dem locken blocks bekommen boah oh geil ein youtube gaming helm oh oh das böse wow ein normaler helm was habe ich da gekriegt oh ich habe ein geiles schwert das tube sword ne ein galaxy sword hä warum kriegst du galaxy sachen das ist galaxy versus youtube mensch ja ich habe halt galaxy dinger gekriegt was soll ich machen hacker mensch ich habe halt bekommen und storm will auch haben weil storm mag das warum sollte ich das dann nicht nehmen boah ey ich werde irgendwo hier ein guess oh ich habe noch mehr petrit petrit zum werfen ich mag petrit und ein edgar ich mache mal eben kurz lag 2 die stört das du nicht ne ne jetzt endlich oh noch eine hose sehr gut was sind das für blöcke oh da fällt petrit runter und war das oh cool gott ja noch noch geiler oh mein gott jetzt habe ich die schuhe noch einmal alter ahhh der ficker bam bam mein ton ist irgendwie weg bei den hexen jawoll bob ist down natürlich alter ich habe überhaupt kein glück wow ich habe lapis balui zeug ich mag lapis balui zeug also diese konstruktion ist eigentlich recht cool also diese alter meine einzigste waffe ist einfach der bogen oh you wish came true bibi zum werfen alles mögliche zum werfen geiler scheiß das ist so lächerlich da könnte ich wunderschön runterkicken es ist so lächerlich ich habe aus den galaxy blocks einfach nur schrott bekommen was war das wirklich nur schrott da ist gerade irgendwas achso das war ein kopf der da gespawnt ist ist das was gutes das ist was gutes das brauchen wir nicht das behalten wir noch nur schrott das brauchen wir nicht egal meine wölfe fliegen runter das brauche ich nicht das brauche ich nicht das brauche ich nicht das brauchen wir definitiv können wir auch einmal anziehen nein was war das das war ein creeper ach nur so ein scheißdreck ey ah jetzt habe ich das weggeworfen das wollte ich gar nicht wegwerfen den größten scheißdreck überhaupt weg 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 das weiß ich nicht warten wir erstmal können wir noch ein bisschen mehr rüstung vertragen alter oh ja das mag ich lol jetzt kann ich dich nicht mal töten wow alter wie viel pech kann man haben und aus op blöcken nur so eine scheiß bekommen was hast du denn für rüstung ich habe noch nicht mal ein oberteil ich habe einfach nur die gelbe blume dings den youtube gaming helm und die youtube schuhe alter das ist ja viel zu ok ach so ach so das zeug ist doch alles unbreakable naja wow ach so das war das andere zeug ach die gibt es ja die gibt es einmal in unbreakable und einmal in nicht unbreakable ich habe die bis jetzt immer nur in nicht unbreakable gehabt bis die dinger kaputt gegangen sind hm lapis baluischu cool ich treff dich nicht oh jetzt muss ich nochmal gucken doch du hast mich getroffen aber ich kriege keinen schaden ja deswegen muss ich ja nochmal überlegen was ich jetzt mache nein ach so das war nur die hose deswegen muss ich jetzt echt überlegen was ich mache hä da kommt nichts aus aus man ich habe keine chance gegen dich das ärgert mich jetzt mega mäßig storm ey hast du eine idee was ich gegen dich machen könnte wenn ja verrat sie mir bitte kriegst du nicht irgendwie noch ein anderes gutes schwert da oder so ich habe nichts ich habe gar nichts storm da ist noch ein gelbe gelbe blube oberteil so von gelbe blube oberteil kann ich mir nichts kaufen das ist noch eins wenn man es gerade vom teufel spricht aber das ist sogar verzauberte variante an breakable die ist sogar noch besser nehmen wir wow storm was soll das warum tust du mir das eigentlich an ich mache jetzt ganz in ruhe meine blöcke auf und einfach nur in meiner base um zu überlegen wie ich dich töten kann ja dann überleg überleg gut aber ich weiß nichts ich habe überhaupt keine ahnung wie ich dich töten kann das ist schrecklich ich habe nur das gas aber sonst überhaupt gar keine waffe gegen dich ja das gas das kann mich killen aber nur einmal ja davon habe ich zum glück ein bisschen mehr ich habe so viel petre zum werfen so jetzt habe ich aber auch ich habe jetzt deine wolle weg hä wie das ah nein der typ hat enderperlen naja hat der typ enderperlen und dann auch noch so viele ach fuck scheiße ein scheiß brunnen ich hätte dir jetzt hinterher latschen können ghetto wie mache ich das denn du hast die scheiß tränke ja 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 ist应 das kratzt mich nicht ich weiß wenigstens habe ich es geschafft deine wolle abzubauen Und ich habe nur einen Knockback. Ne? Resistance. Solid Core. Hallo. Boah. Hat mir einen guten Effekt gegeben. Hä? Eigentlich sollte das einen negativen Effekt geben. Ich habe gute Effekte gefüllt. Das ist unverschämt. Ne, ist es nicht. So, wie mache ich das denn? Wie mache ich das denn am besten? Hä? Was war das denn? Hä? Ich habe dich einmal gehittelt und fall dann runter. Dornen? Ja, aber so oft. Tschüss. Storm, du bist raus. Jetzt echt? Ja, weil ich mit dem Gas gehauen habe. Boah, alter. Alter, was war das, Mann? Hast dich aber gut vorbeigeschlichen. Ich habe dich nämlich überhaupt nicht gesehen. Ich weiß, ich stand hier. Guck. Warte mal. Ne, ich will jetzt erst wissen, wo deine Wolle ist. Ich da schon richtig war unten an der Stelle. Nicht ganz, glaube ich. Warte mal. Du musst hier hin. Hier hin. Guck. Und dann da runter. Und dann da. Da unten. Wo ist der unten dann da? Ach, da. Naja, Leute. Ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut beim Storm vorbei. Lasst einen Daumen hoch da. Lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und tschüss. Tschau.